ist da ja so ging das lied kann ich gar nicht so was gerade getan hast weiß nicht ob ich die ganze zeit jetzt ein paar spiele ich habe irgendwie für bringt es hier so ein bisschen mehr ich habe sowieso nicht hier irgendwie zu reißen und ist egal mit welcher klasse ich empfehlen bin er schießt imponiert gericht und das zuvor als wacke okay komm du haben es kaufen hier ja schon mit einem morgen gehen dann bringt mir das wenn du da markiert irgendwie ist er immer noch rumlaufen der rei geholfen eiskalt die runde verlieren wir auch schon wieder wie rollen die wie tun sie rollen kommen irgendwann anders wozu mit dem spezialisten ganz spezielle wir schaffen nicht den dünnen 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 mannach schaden naja ehrlich er hat jetzt gemacht jede kugel zählt da warum stehen wir eher so viele leute da sollten wohl einige leute am besten dahingehen okay ich mache ja schon da bin ja schon da bin ja schon da wir nehmen das kackteil schließen dann das kackteil ab ich muss schon wieder ich glaube 100 meter muss ich hier in der nähe sein jetzt das da kommt ich nicht objekt im spiel jetzt mal ganz ehrlich ich habe 100 dinge musste durch also dann nehmen wir mal ein ding ab und sie ist einfach ein blöder kaputt doch es ist wirklich so einfach aber irgendwie weil ich weiß nicht da geht auch einfach mal jemand da rein du musst auch nur da reingehen der blöde teile einbauen das blöde abschließen den gratis punkte die herkriegen ja schon mehr zehn punkte gleich weg so einfach geht ja einer weiß wie es hier läuft vielleicht meinen kanadwerfer einsetzen aber soviel dazu kommt schon ein wiki kreer jetzt spielen naja wir sind schon hier ja wir haben noch etwas zeit jetzt haben wir keine sagen nein a great defense ja ich weiß da kommt man hier hin ja wir mal schnuppern er kann einfach so ein hallo das hat ein helles hier und er wird sollte jetzt einfach abgehauen wenn er hier geblieben sind auseinander geschossen ich habe gegen den geworfen hätte ich mich selber getroffen aber warum ich also diese heavy typen die sind eigentlich perfekt um irgendwie weil ich ein ort hier irgendwie zu verteidigen ja ich glaube ich hätte ich noch schaffe irgendwie genug punkte für ein held zu bekommen also nehmen wir haben wuch krieger was kann der wenn sie wenn sie es auf dem wunderschönen und dann muss es auf dem wunderschönen okay nur hauptsächlich als diese fischleife ich konnte irgendwie nicht ein ist das einfach mal ein bisschen näher ich habe von dem buch oh mein gott den habe ich so weit erledigt ja ich glaube bei letztes spiel heute gute beta freue mich auf das endspiel weiß wie viele parts hat jetzt geworden sind ja schon irgendwie auf die woche hier so verteilen und ja gehört gut warten wir wissen volles spiel rauskommt in einem monat man sieht aber weiter vielleicht mache ich dann auch noch mal ein paar videos ich glaube morgen wenn ich jetzt nicht noch mal zocken ein tag reicht so auf dem vorgeschmack und so und ja wenn man nicht viel von den helden mehr gesehen leider aber was soll es nicht so schlimm ich spiele sowieso lieber die soldaten also weil ich helden sind zwar auch nicht schlecht aber warum sind die auf voll kanal und das hier sollte irgendwie hier sein hat hier sollte das hier sollte hier sein dazu sollte hier sein dass ihr seid ihr seines voll durcheinander ja ja ich habe euch haben die ganze part gefallen ich habe jetzt nicht so weil ich aufgeachtet ich bin ein bisschen müde wahrscheinlich weil sich so darauf geachtet wird hier irgendwie so wie lange die parts waren und so und eine begrüßung gemacht weil es aber da war mal schauen wird alles so wie hat mir jedenfalls wie gesagt nach dem ersten paar was ich hochgeladen habe weil ich dabei gefallen hat könnte ja mal ein like ein abo einen kommentar hinterlassen um den kanal zu unterstützen in denen sage ich dann vielen dank fürs zuschauen und tschüss bis zum nächsten ich mache das jedes mal immer wenn ich den ersten fahrer aufnehmen und sage ich immer willkommen zurück dann werde ich die aufnahme und korrigiere mich noch mal als bei jedem projekt so dann sage ich immer wenn das projekt zu ende ist oder ich kann weiter ein paar tochlade wir sehen uns beim spart und jedes mal vermaglicht hat ja wenn sie uns dann wann auch immer ich wieder was hochladen von diesem spiel oder in einem anderen projekt dankeschön fürs zuschauen und tschüss siekowski